Habt ihr euch bei einem fremdländisch geschriebenen Text auch schon mal gefragt, was das auch heissen könnte? Dir gehöre ich das Kraftfutter von Christian Dommermuth. Ja, ist das immer wieder so vor die Tafel oder manchmal auch in der Zeitung, wenn man irgendwo im Hintergrund auf einem Bild etwas geschrieben sieht, dann denke ich manchmal, ja was heisst jetzt das, was könnte das heissen? Ist die Übersetzung, die mir der Journalist gibt, wirklich die richtige? So ist es auch beim Lehren von Sprachen. Ja, es ist manchmal so ein ganzes Buch mit sieben Siegeln. Man weiss überhaupt nicht, was das heissen könnte. Und addisnah beginnt man die Sprache zu lernen. Und man lehrt damit auch etwas über Kultur, über die Denkweise von dem, was die Sprache spricht. Ich muss gerade ehrlich gesagt gestehen, ich bin nicht ein wahnsinniger Sprachenkenner. Ich habe nicht Sprachen studiert und ich kann auch sehr schlecht andere Sprachen sprechen. Aber ich merke immer wieder, gerade durch den Willen oder die Bereitschaft, mit Menschen unterwegs zu sein, verstehe ich manchmal die Leute, ohne dass ich die Sprache perfekt kann. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir uns aufmachen und den Willen haben, die anderen zu verstehen. Und manchmal ist es doch so, dass gerade die Leute, die die gleiche Sprache sprechen oder im gleichen Umfeld leben, dass man eben manchmal da auch nicht versteht. Man glaubt zwar zu verstehen, aber das, was der andere sagen wollte, ist ganz etwas anderes. Also gibt es auch die Geschichte von dem Mann, der eine Thailänderin geheiratet hat. Und die Ehe, die sind recht gut gelaufen bis zu dem Punkt, wo die Frau Deutsch konnte. Und von dann an fing sie zu kriseln. Also man könnte sagen, dann, wo sie sich verstanden haben, haben sie sich eben nicht mehr verstanden. Immer wieder bin ich herausgefordert. Immer wieder, ja, stosse ich auch auf Unverständnis mit Menschen. Will ich nicht verstanden werden oder will ich andere nicht verstehen. Aber ich will mich immer wieder aufmachen. Und ich bin so dankbar, dass wir auch in der Bibel nicht nur die Geschichte von Babel haben, wo Gott Sprachenverwirrung hat geschickt, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen, sondern dass wir in der Bibel auch die Geschichte von Pfingsten haben. Wo der Heilige Geist ist gekommen und die Leute auf das Mal, auf wunderbare Weise, obwohl sie die Sprache von Petrus und seinen jüngeren Kollegen nicht haben verstanden, sie doch die Botschaft von Jesus Christus haben verstanden. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder aufmachen, für Menschen zu verstehen. Aber wir dürfen ja den Heiligen Geist einladen, dass er uns ein Verständnis für die anderen schenken kann. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen gesegneten Tag.